Ligalurlöde, zurück zum ersten Folge von Firestone. Okay, kam zwar ein Update, ist nicht mehr am Leggen, schützt nicht mehr ab, alles wunderbar, aber die Sound ist ein bisschen komisch, ne? Da gibt's wohl noch Probleme, egal. Äh, ja. 375, falls ihr ein bisschen möchtet. Ich hab gerade eben 3048 Verlust und vorher schon, glaub ich, abgeschlossen. Hauptatribute wieder um 55 Prozent. 550, also gehen wir wieder gönnen. Soll ich mal die 3000 knacken hier? Übrigens, die Molli, hab ich auch schon. Wirkgang, bestiegen? 24, das ist auch schon. Ich hab hier eine eigene Gruppe gehabt, Kameradschaft. Aber war so wenig inaktive, vor allem unter 100, äh, also über 100 war keiner. Hab ich eine neue Gruppe gesucht. Ja, gefunden. Da ist sie. Es war der Höchst mit 340 Prozent, aber, egal. Es ist schon, na alle aktiv zu sein. Das ist das Wichtige. Und hier, die Aura natürlich, ne? Wunderbar, wundervoll. Ja. Das, da, sonst war, glaub ich, nichts. Irgendwas Neues, ne? Äh, gibt immer noch keinen neuen Wächter, nur die beiden. Ja, nur die beiden gibt's da. Wollte auch ein Dritter kommen. Kommt keiner. Warum auch immer, keine Ahnung. Äh, der hat sie nur, ja genau, der hat sie nur Gold gehabt, genau. Die ist irgendwie stärker. Viel stärker. Warum auch immer, keine Ahnung. Äh, bevor wir es vergessen, saverne. Äh, ein, Erde fehlt noch ein Element. Mal gucken. Hat sich ein paar Zeige nicht gemacht, weil es so geleckt hat, ne? Aber es kann, wenn ich ein Update kann. Läuft es wieder? Sehr schön ist. Deswegen können wir es wieder ein bisschen machen. Ach so, da. Erde fehlt noch. Ach, die Erde. Ja, da ist immer noch so ein kleiner Back. Ja, Schlüssel. Gib mir Schlüssel. Gib mir mehr Schlüssel. Ja. Ja. Ja, ganz Backfleisch ist immer noch nicht. Ob sie die haben, das alles so ein bisschen animiert. So wie die ist hier, auch ein bisschen animiert. Ob sie das haben sie gemacht. Ja. Ja. Kommt, Element, gib Gas. Komm ich nicht. Soll mal. Na, kommt einfach nicht. Gibt's nicht, ey. Ah, ja. Erstmal noch ein bisschen verbackt. Ja, die Panzer ist ja erstmal sinnlos. Also die sind ziemlich wirklich sinnvoll. Die habe ich auch alles wieder in den Baum im Moment gesteckt. Hier in meinen Lebensbaum. Ach, kann ich auch nicht machen. Doch, nicht mal allzu lange bin ich 50. Aber sonst würde ich noch ein bisschen ärgern. Aber ich baue mal nur 50. Der Partzabte, Höhen, Spitzdecke. Abdezübote. Alles hier in der Mütze erst wieder. Schön, Sachen. Denn die Gülde bin ich noch immer in der Sonne. Was neu ist passiert. Das Gute an der Gülde ist auch. Der Erkanntkristall wird regelmäßig zerstört. Regelmäßig. Der Fli. Der Tief die Gülde. Der wichtig finde ich. Ja, komm. Hier nochmal. Bia, psa. Das war's neu. Ja, die beiden sind ja hier von Ingenieuren, also von Panzern. Sehr sinnlos ein bisschen. Einmal mal die Brucken, wo könnte ich noch ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Level, aber ich bin schon gut dabei. Vor allem Aue ist da wieder. Aue. Ja, wichtig. Dann bist du genommen. Ich glaube, ich habe zwei von drei Aues. Weil die kriege ich auch noch schnell oben, ne, ist klar. Sonst, äh, ich glaube, ich habe nichts mehr. Ach, den Ring kann ich doch machen. Ab. Ah, wie soll das scheiße? Ring auf 9. Ach, da brauche ich noch mehr. Okay, äh, ich wollte ja nicht weitergucken. Ich wollte gar nicht weitergucken. Ah, erst mal da wieder sparen. Ja, Christen habe ich ja alle einmal aufgemacht für die Molly. Obwohl ich auch schon bald auch ausstatiert. Ja, die kann ich noch machen, aber dann lasse ich jetzt. Also ich will ja aber schon wieder. Ich länge leere vor. Ach, guck mal an. 25 Schlüsse. So bin ich. So bin ich. So bin ich, glaube ich. Na, 30, doch 30, ne? 30 Stück. Ja, hier drückt. 30, ja. Hier ist es durch. Das ist nur noch zum Schlüssel. Ah, kriegen wir auch noch zusammen. Das darf man auch noch. Da rein wir da jetzt achten, den Bier. Ey, ich weiß nicht, wie viel Bier man dann bekommt. Bei Bier oder was ist es überhaupt? Da war war gerade. Äh, egal. Ja, das ist erstmal soweit alles. Sonst hat sich nichts getan. Wie gesagt, ein paar Animationen haben sie reingebracht. Die letzte Folge, glaube ich, schon gesagt. Wünschst du was Neues, äh, grundlegend ist es nicht aus wie die Molly, die kam. Bei neuen Wächter soll es eigentlich auch schon lange geben, aber auch noch nicht. Ja, ein paar Blechen haben sie, ein paar Pics haben sie geändert, ne? Wie hier, Karts auch, sehen jetzt so aus. Drei. Jetzt natürlich die dann auch noch dabei. Ach, guck mal, auch noch zwei. Und es hat sich nichts Grundlegendes getan. So, ich hoffe, es ist noch ein bisschen mehr kommt. Bei der Stone. Hoffe ich mal. Ich habe es auch schon lange nicht mehr Prestige gemacht. Müsste ich auch mal wieder machen. Aber jetzt nicht. Das tut es jetzt nicht. Jetzt klar. Ja, sonst hat sich, glaube ich, nichts getan. Das war es eigentlich auch schon wieder. Guck mal nach. Ja, hier die Forschung natürlich immer machen, ne? Ist klar. Ingenieur ist erstmal sinnlos. Ich bin glaube ich auch. Shop. Shop. Das ist mein Shop. Ranglisten, wofür das gut sein soll. Na ja. Bild ist alles noch beim Alten hier. Und so. Auch noch die Bilder nach und nach. Das war, äh, tauschen dich mal schon aus. Aber ich ist immer noch, ne? Soll ein Bildbus sein, aber... Nein, wirklich zocke. Schon über ein Jahr. Jetzt, weiter über ein Jahr. Habe sich nichts getan. Ah ja. Okay Leute, ihr wisst Bescheid. Das ist mein Stand. Und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Folge von Fast und wieder. Dahin, tschö mit Öl.